Jo Leute, es wird Brotus wieder am Start mit einem neuen Black Ops 3 Video. Ich freue mich gerade so, dass ich wieder Black Ops 3 spielen kann. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist so dieser Wechsel aus WW2 und BO3 einfach übel perfekt. Mir macht das mega Spaß, so einfach, wenn man auf WW2 einfach gerade mal keinen Bock hat, wieder BO3 zu spielen oder andersrum ganz genauso. Und wir werden heute richtig schön einfach snipen, wie sich das gehört, in einem schönen April-Sniper-Video. Und wenn ihr Bock habt, kurz Hashtag Werbung. Die Aktion in meinem Shop läuft natürlich immer noch mit Autogrammkarte und Sticker und den Chili-Hoodies und allen anderen Produkten, die ihr da kaufen könnt. In dem Sinne, Leute, ich würde jetzt einfach sagen, wir chillen jetzt einfach ganz gediegen, ein bisschen in den Lobbys hier und los geht's. Checkt auf jeden Fall auch das Impact-Video von gestern, aber es ist auch mega nice geworden, habe ich in WW2 mit der K gesnipet. Ich habe vier Ripper in meinem Team. Was zum Hacker? Ich werde jetzt zum Anfang hin, der, hallo, mich natürlich erstmal ein bisschen einspielen und gucken, was ich so mit der Sniper überhaupt noch drauf habe, während ich jetzt hier wieder ein bisschen länger nicht gespielt habe. Und ich muss auch sagen, das letzte VO3-Video, was ich hochgeladen habe, was Black Ops 5 hieß, da habe ich auf meinem Setup zu Hause gespielt. Nein, lass mich in Ruhe jetzt. Meine Güte. Und das Setup ist nicht so stark, das heißt, ich kann da nicht so gut spielen, auf jeden Fall ist mir aufgefallen. Und ich merke, dass hier... Was, kein Colette? Ich wusste, dass er mich jetzt holt. Das war sowas von Colette, ne? Das hier... Das gibt's da nicht, dass ich so hier direkt wieder verarsche von dem Spiel. Ah, okay. Okay, ich merke, ich habe... Mit dem richtigen... Oh, warte. Ai, ai, ai. Mit dem richtigen Setup bin ich einfach immer noch genauso auf dem Level wie vorher, merke ich gerade, alter. Das ist ja nicht mehr normal. Hallöchen, guten Tag. Mann, man, man, da muss man echt mal die RK5 rausholen. Oh, hier außen? Ui, ui, ui. Reaktionen sind da. Höh, äh. Oh, der ist so weit weg. Ich seh ihn kaum. Mann, oh, was mach ich hier eigentlich? Hup. Genauso spielt man BO3. Er rippt. Alle rippen hier unten. Eklig. Eklig. Und... Nochmal eklig. Von hier, oder was? Ja. Jawoll, easy. Ich glaube, ich muss einfach gegen solche Leute defensiver spielen. Lol, alter, was sind das hier für Leute? What the heck? Den außen noch mehr. Komm her. Nein, 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 RK5. Enttäuscht mich nicht. RK5 enttäuscht mich nie. Ich kann mit der... Warte. Ich habe noch Hitzewelle, merke ich gerade. Die habe ich mal wieder hier 10.000 Jahre nicht eingesetzt. Die Hitzewelle an und den... Ich glaube es nicht. So viel mal wieder zu den Einspielrunden. Oder der Einspielrunde. Die typische... Ich renne rein, versuche ein paar Gegner zu holen und werde dann wieder enttäuscht bei meinen Teammates. Aha. Und da ist der Hitmarker auch mal wieder gegeben. Aber... Fast gut, nein. Ich bleibe, lass mich in Ruhe. Ah, noch mehr. Wie viele soll ich denn noch holen? Alter, Mann. Aber es ist irgendwie übel, die Action gerade. Man, das ist alles von Treyarch einfach perfekt gemacht. Man merkt es immer wieder so, was die Maps angeht. Guck mal, obwohl ich nur so... Ja, wer ist es? Ich habe... Was? Ich kriege ihn sogar. Oh, obwohl ich auf irgendeinen von denen geschossen habe. Loy, genau so will ich das sehen. Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier noch gewinnen können, aber wir haben wenigstens noch mal... Also ich habe, glaube ich, auch schon fast 30 Kills. Also da kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Bitte was? Hallo, hinter mir? Kommt der? Hier hoffentlich nicht. Oh, hier oben drin. Mitgenommen. Hier oben nochmal. Nein, Hitmarker! Ey, Mate! Schieß auch mal auf ihn! Aber was mir gefällt, ist, dass man hier nicht so schnell stirbt wie in WW2. Ist irgendwie da ein bisschen... Ein bisschen schneller alles vor allem. Wahrscheinlich auch, weil man einfach wegen dem Movement und so nicht so schnell weg kann von den Gegnern. Hitzewelle aktivieren. Ach, was mache ich? Was tue ich? Egal, hole ich mir den. Bitte? Wieso kriege ich eigentlich immer Hitmarker? Einmal hier reingucken. Oh! Was für ein Glück! Ich glaube es nicht. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Ey, 4 gegen 6 spielen wir. Ey, Mann, das kann doch nicht sein, Leute. Warum habe ich solche Mates? Aber es läuft trotzdem übel gut für mich, ne? Kann ich mich nicht beschweren? Auf jeden Fall... Ich sehe noch, wie er gerippt wird. Ja, ich konnte nichts ausrichten, so vor allem 4 gegen 6. Aber trotzdem, für die Einspielerung ist das mega nice. Einfach 33 Kills und Liefen gemacht. Sollen wir mal P-06 spielen? Ich habe da gerade irgendwie voll Bock drauf. Ich bin mir irgendwie nur nicht so sicher, wie gut das jetzt hier auf Fringe sein wird. Weil Fringe ist halt irgendwie immer so sehr weit weg. Aber könnte eigentlich schon funktionieren, wenn man hier am Anfang wenigstens mal den Gegner sehen würde. Hallo? Zeigt euch, bitte. Oh, da hinten. Kriegen wir da? Nein, nein, nein. Dann gehe ich doch mal erst mit RK5 da rein, hole mir den ersten Kill. Und dann mache ich hier oben... Oh, der ist schon weg. Ja, wo... Hä, wie viel Gegner haben wir? Wir haben voll das Gegner-Team, aber... Ich muss aufpassen. Warte, der kommt jetzt hier. Uh, uh, ey, die ist... Nein. Ja. Oh, die... Ja. Alter, was ist das für eine geile Waffe, weil ich... Ich check nicht, wie OP die ist, ne? Das ist... Oh, moin. Nein, ist der Gegner? Ich chill mal kurz. Einmal ein bisschen regenerieren. Den mitgenommen. Was zum... Henker! Leute! Was mache ich gerade mit den Gegnern? Nein, die haben Drohne direkt zerstört, die Geiern, alles. Bam. Ich will nicht dumm geholt werden von dem. Wo ist der jetzt? Komm. Ja, ja, ja. Jetzt einmal schnell den Blitzschlag raus. Hallo, womit sende ich den da hinten? Genau. Oh, alle da hinten. Komm, komm, komm. Jawohl, jawohl, da ist der Geist. Fünffach. Er macht den Fünffach. Blitzschlag Beste. Ich glaube, jetzt waren alle hier. Oh, oh. Treffer, bestätigt. Ja, das habe ich so gemerkt, dass er den getroffen hat. So, jetzt... Ich habe noch nie so einen frühen Geist gehabt, gefühlt. Vor allem, weil ich... Nein. Er checkt... Er checkt gar nichts, aber... Oh Gott, der da. Der da kommt jetzt. Hab ich's. Alles, kein Problem. Nein. Ich wusste nicht, wie ich boxe. Ich habe die... Ich habe es auf die falsche Taste gelegt. Ich habe es hier. Oh nein, ich bin so blöd. Aber war jetzt nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Weil die Gegner ja irgendwie sich dann doch alle holen lassen. Und das alles hier spaßig und entspann. Durch die Wand. Alles klar. Ey, mit der P06 habe ich so das Beste, ey, meiner Zeiten wieder. Ich glaube es nicht. Es macht so Spaß gerade, ne? Genau so möchte ich doch BO3 spielen. Oh, oh, oh. Ich habe auch das Gefühl... Oh, hätte ich den noch geholt. Aber der Geist kann gerne auch ein bisschen Arbeit machen. Nehmen wir ein bisschen Arbeit ab. Komm, campen wir jetzt in den Häusern. Ich glaube, dann muss ich mal ein bisschen hier... Oh, hier links. Oh! Oh mein Gott. Habe ich mich gerade erschrocken. Nein. Der hat LV, aber er hat trotzdem übel reingelangt. Der hat auch Headshot. Wahrscheinlich hätte er mir sonst übel den Hitmarker gegeben. Okay, jetzt kann ich nochmal ein bisschen aufdrehen. Ich renne mal wieder rein. Ihr merkt ja, ich bin so geladen einfach, weil ich... Keine Ahnung, es macht einfach so Spaß. Und ich habe einfach Bock, in die Gegner reinzurennen, die so wegzuholen. Hat er den geholt? Ja, hat er, okay. Geist weg. Okay, der hat gefühlt keine Kids gemacht. Aber ich stehe... Ich stehe 26 zu 2 schon. Warte mal. Wo sind die jetzt? Ich muss mal ein bisschen gerade checken, wo die Gegner langkommen. Da hinten. Nein, hier oben. Nein, 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 nein. Das ist der sichere Tod. Mein Aim darf mich jetzt nur nicht verlassen. Okay, perfekt. Oh mein Gott, let's go. Nein, da... Oh, da war doch gerade noch einer. Kommt er hier? Er kommt safe hier. Dingo oder Gorgon oder was er hier hat? Hat er keinen Bock? Oh nein, oben ist einer rein. Warte. Hinter mir. Ich... Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Alter. Gut, dass ich Glück gehabt habe. Kommt, hier unten. Nein, 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 nein. Der kommt. Ich nehme gerade Aufsäcker. Mach's gut. So, wo gehen wir lang, Alter? Nein, nein, nein. Ich muss kurz nachladen. Einmal kurz chillen. Und wieder... Was? Den Fokus gewinnen. Und rübergerutscht. Und erstmal die rechte... Was? Hinter mir? Wo? Wo? Über mir? Was ist das denn? Was? Was? Das kann nicht sein. Leute, wie er reingelackt hat, ist nicht mehr normal. So, kann ich jetzt mal bitte aufhören zu choken? Mal wieder ein paar Millionen Kills machen. Danke. So, hier rein. Hallo, lauf, lauf, lauf. Immer lachen. Alles ist gut. Alles läuft. Die Runde ist echt schön, aber ich möchte trotzdem so... Das ist unbeschreiblich, ne? Wie gut konnte diese Runde anfangen? Und jetzt auf einmal... Digga. Wenn ihr wüsstet, was gerade mit mir passiert, ne? Ich check das nicht. Aber... Warte, da ist keiner. Okay. Einmal hier rüber. Ich check gar nicht, wo die Gegner jetzt überhaupt langkommen und so. Team-Head, guck mal da. Nice. Oh, nein. Nein, 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 nein. Mein Kill. Komm, bitte. Lass mich hier noch einmal bitte nicht enttäuscht werden. Jawohl, komm. Jetzt ist es irgendwie da. Hier, den hat er weggeholt. Dann klatsche ich hier oben nochmal ein bisschen was weg. Und einfach reinsprinten. Ich glaube, das habe ich jetzt lange nicht gemacht. Jetzt ist wieder die Zeit, einfach wieder anzugreifen. Hallo? 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 Hier oben rein vielleicht? Ne? Okay. Ich check gar nicht. Wapp, 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 wapp. Oh, ich hatte Hitzewelle und ich habe es gecheckt, aber ein bisschen spät. So, kann ich jetzt hier mal noch irgendwie wegholen? Hallo? Nein, da hinten. Ich glaube das nicht, dass ich diese Hitmarker verteile. Jawohl, Alter. So, einmal kurz. Kommt der? Er kommt hier. Ich habe so Glück. Hallo? Hallo? Drohne raus? Ich muss jetzt einmal die Waffe nachladen, Alter. Sonst komme ich hier gar nicht mehr auf mein Leben klar. Und jetzt einmal links in den Gang. Bitte, lass mich hier nochmal ein paar Gegner holen, bitte. Gönnen sie mir doch. Komm. Ja, komm schon. Ja, nein. Also, da muss die RK5 gezückt werden. Ja, ich weiß. Hallo, hier, ich bin's. Tschüss, hau rein. So, komm, Alter. Hier außen, hier außen. Habe ich jetzt den... Nein. Oh mein Gott, habe ich Glück. Komm. Nein. Wo, was? Wir sind doch alle hier. Wieso stehen meine Mates hier rum? Okay, dann machen wir es halt so. Hier auch. Nein, der checkt nix. RK5. Da steht einfach einer. Liegt da im Gras. Nein, was? Ich habe den Geist geschafft. Nochmal schnell raushauen. Das ist der, ne? Ding ist Geist. Wir haben gewonnen. Wie geil war das denn gerade, Alter? 41 Kills habe ich gemacht. Wie schön war diese Runde. Ich glaube das gerade nicht. In dem Sinne, Leute, gucken wir uns nochmal ganz gediegen die Killcam an. Hat das schön gemacht, den letzten Kill. Nochmal mit der Goldenen Locus. Auch wenn es der Mal wie sie war. Aber kann man ruhig mal spielen. Ich bin übertrieben zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr habt Bock auf noch ein weiteres Video. Richtig schönes VO3-Video auch. Das kommt dann wahrscheinlich nächste Woche oder so. Und ihr werdet auf jeden Fall jetzt an Weihnachten und überhaupt über die Festtage versorgt sein mit vielen Videos. Ich versuche sogar daily zu gehen oder fast daily. Mal gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr gerne noch ein Abo auf dem Kanal hier da lasst. Gerne den Shop auscheckt. Und natürlich auch gerne auf Instagram vorbeischaut. Mir ist mega wichtig, dass ihr Insta und Twitter auch folgt. So für Updates und Bilder und Storys und alles, was da abgeht. Ich mache auf Insta, mache ich so viele Storys immer. Und das macht einfach mega Laune. Und ihr habt ja gemerkt auch bei der Aufnahme, wie viel Spaß ich jetzt wieder hatte. Und das ist einfach nice. So in dem Sinne, haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.